Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Bitcoin startet die Rakete 21.500 US-Dollar in der Spitze. Jegliche Widerstände wurden rausgenommen. Unser Short-Trade von gestern im Golden Pocket wurde damit auch ausgestoppt. Habe ich ja gestern schon in die Telegram-Gruppe reingepostet. Ja, wie geht es jetzt weiter? Sind wir jetzt im Bullrun? Geht es jetzt Richtung 30, 40, 50.000 US-Dollar? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, gerne ein Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Ja, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.900 US-Dollar. Unglaublich. Letzte Woche zum CME-Gap waren wir noch bei 16.900 US-Dollar. Und jetzt sind wir bei 21.500 US-Dollar. Kurzzeitig mal gewesen. Wir können uns den Pump mal angucken. Über die ganze Woche 27,3%. Ja, wie geht es weiter? Wir haben jetzt im Endeffekt wirklich jegliche Ineffizienzen rausgenommen. Wir haben den kompletten FTX-Crash, der hier drüben angefangen hat bei den 20.500 US-Dollar. Und wo wir ja auch gestern drüber gesprochen haben, dass da eine Menge Volumen drin liegt. Nach oben hin durchbrochen. Die Liquidität abgegriffen. Und jetzt geht es darum, wir brauchen ein höheres Hoch. Und das ist jetzt das Ultimative, sag ich mal, wo uns möglicherweise vor einem Bullenmarkt trennt. Und ich bin noch nicht wirklich überzeugt, dass wir wirklich schon in einem Bullenmarkt sind. Klar, ihr kennt dieses Falling-Redge, was ich jetzt auch schon seit Monaten drin habe, wo wir immer wieder drüber gesprochen haben. Wenn wir das auch oben hin durchbrechen, ist die Chance da, dass wir hier wirklich einen impulsiven Anstieg sehen. Den haben wir auch. Vom Volumen auf Binance passt es auf jeden Fall. Vom Volumen überall passt es auf jeden Fall. Es geht jetzt einfach darum, wir müssen hier diesen Bereich bei 22.700 US-Dollar bis ungefähr 21.600 US-Dollar rausnehmen. Und zwar mit einem Daily Close. Kriegen wir das hin, sieht es wirklich gut aus, dass wir wirklich Luft haben bis 30.000 US-Dollar. Aber, und jetzt kommt halt dieses große Aber. Wir sind im RSI absolut übergekauft. Wir sind bei 88 oder waren teilweise kurzzeitig sogar bei 90 im RSI. Natürlich sollte man nicht nur Entscheidungen nach im RSI treffen. Ich würde euch jetzt auch dringend abraten, jetzt nochmal in irgendwelche Short-Positionen reinzugehen. Für mich, wir wurden jetzt zweimal ausgestoppt mit den letzten Short-Positionen. Deswegen lassen wir jetzt einfach die Finger von diesen blöden Shorts. Das bringt nichts. Dafür ist jetzt schon zu viel Fomo im Spiel. Und guckt euch den RSI einfach mal an. So hoch waren wir zuletzt hier drüben im Bullenmarkt. Das ist schon krass. Und das Einzige, auf was wir jetzt hoffen können, ganz ehrlich, wir ziehen uns mal ganz kurz das FIP-Level. Von unserem kompletten Low bis zu unserem High wären Rücksetzer in die Region zwischen 17.700 bis 17.000 US-Dollar. Das sind die Regionen, wo ich ja schon darüber gesprochen habe. Und das wäre auch so der Bounce-Bereich, wo ich mir ganz ehrlich wünschen würde, dass wir einfach nochmal diesen Rücksetzer eben sehen. In dieser Region hier unten des Golden Pockets sogar. Oder vielleicht auch nur bis zum 0,5er, die 18.400 US-Dollar. Hier damit diesen WIG hier bestätigen als Support. Und dann, sag ich mal, die Reisen nach oben hin fortsetzen. Aber es gilt wirklich, wir müssen die 21.600 mit dem Daily Close auf jeden Fall durchbrechen. Hier oben ist, sag ich mal, unser ultimativer Widerstand. 21.600 bis 22.800 US-Dollar. Das hindert uns daran, ganz ehrlich, an einem Bullenmarkt bis zumindest 30.000 US-Dollar. Ob das dann wirklich auch schon der Bullenmarkt ist, wird sich zeigen. Denn, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Vergangenheit ein. Es gab auch immer Relief-Rallys. Damals, wo wir unser All-Time-High hier, das sieht man jetzt in diesem Chart nicht, aber bei 20.000 US-Dollar hatten, gab es diese Relief-Rally bis ungefähr 14.000 US-Dollar. Und dann ging es runter bis zu den nächsten Tiefständen in Richtung 3.800 US-Dollar, wo es das Black Swan-Event in Form des Covid-Crash gab. Möglicherweise sehen wir vielleicht genau das, dass wir auch hier in Richtung 30, wenn nicht sogar 40.000 US-Dollar gehen. Denn, wenn wir jetzt das große FIP-Level von unserem All-Time-High zu unserem vorläufigen Load ziehen, sind wir hier oben bei 40.000, 50.000 US-Dollar. Das würde das Golden Pocket bedeuten. Und, dass wir dann vielleicht nochmal bis zum Halving nochmal ein Lois-Low sehen und dann beim Halving erst der richtige Bullrun startet. Das sind jetzt momentan die Optionen, die wir haben. Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht euch empfehlen, hier irgendwie in FOMO reinzutappen oder sonstiges. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, fuck, ich habe jetzt nicht gekauft. Wir hatten monatelang Zeit. Jeder, der die Altcoin-Videos angeguckt hat, jeder, der die normalen Videos angeguckt hat, wir haben immer gesagt, sucht euch Rages aus. Das bringt jetzt nichts, dir in FOMO zu verfallen. Es kommt eine Korrektur. Die Frage ist nur, wann kommt die Korrektur? Und da würde ich jetzt einfach momentan einfach die Finger von irgendwelchen Short-Trades lassen. Ich gehe jetzt ganz ehrlich davon aus, dass wir wirklich mal eine kleine Korrektur sehen, vielleicht zum Montag oder zum Dienstag hin, zumindest ins 0,5er-FIP-Level. Das wäre eigentlich so hier auch, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, hier dieser Bereich einfach, wo wir Support hatten, einfach diesen nochmal als Support zu bestätigen. Dann könntest du auch sagen, okay, wir hätten so ein Inverse Head & Shoulders. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Trader, aber es würde sehr, sehr gut passen einfach dazu. Oder halt wirklich jetzt Golden Pocket, dieses Golden Pocket zu testen. Wir hätten halt den kompletten Pump einfach wieder aufgesaugt. Wir hätten unsere 10-20% Korrektur, die üblich ist nach solchen Pumps. Und dann können wir, sag ich mal, nach neuen Höhen Ausschau halten. Das wäre jetzt zumindest das gesündeste Verfahren. Wir würden den kompletten Pump wieder zurücksetzen, die ganzen Vector-Camps nach unten hinfüllen. Aber ansonsten würde ich euch einfach nicht empfehlen, jetzt in irgendwelche Short-Positionen reinzugehen. Das sind jetzt einfach nur die Muster, die wir jetzt erstmal so ein bisschen, sag ich mal, am Laufen hinlassen. Wir schauen mal ganz kurz die Vector-Candles an, wie es da aussieht. Da seht ihr auch, okay, Vector-Candle, Vector-Candle, überall Vector-Candles. Und das würde einfach sehr, sehr gut mit dem Golden Pocket momentan hier unten übereinstimmen, diese 17.3 bis 17.6. Das ist momentan jetzt zumindest der Fahrplan, den ich auf jeden Fall im Auge belassen würde. Aber trotzdem, Short-Trades würde ich jetzt absolut die Finger von lassen. Wir haben es hier im IGET bei 16.900 US-Dollar. Ob das jemals gefüllt wird, fraglich. Kann auch sein, dass es für immer offen bleibt. Trotzdem, solange wir nicht nachhaltig über 21.600 US-Dollar kommen, also über dieses Hoch hier drüben, nachhaltig. Nicht nur kurzer WIG wieder drüber und wir werden abverkauft, sondern wirklich nachhaltig, ist für mich noch kein Bullenmarkt. Trotzdem, die Zeichen stehen gut. Das wird zumindest eine größere Relief-Rally sehen. Wir sind aus dem Falling-Vetch schön und impulsiv ausgebrochen. Darum ging es. Aber die 21.500 mit dem höheren Hoch, das ist das, was uns einfach noch fehlt. Gleicher Blick rüber zu Ethereum. Auch hier komplett eskaliert. FTX-Crash aufgelöst. Das ganze Volumen, was hier drüben gelegen war, wurde abgefischt. Wir sind bis auf 1.643 US-Dollar gestiegen. Wir haben jegliche Ineffizienzen, wie gesagt, rausgenommen. FIP-Levels komplett durchbrochen. Und auch hier geht es jetzt darüber. Wir haben hier oben noch eine Liquiditätsansammlung in dem Bereich der 1.700, beziehungsweise hier oben bei der 1.760. Das wären so die nächsten Ziele, sage ich mal. Weil wir hier auch noch so eine kleine Ineffizienz haben und dieses Hoch hier halt auch noch liegen haben. Also die zwei Zonen würde ich jetzt mal genau im Auge behalten. Aber auch hier, boah, ganz ehrlich, Leute. Ich würde einfach die Finger vom Short hebeln lassen. Ey, für mich ist das ganz ehrlich. Wir haben uns jetzt zweimal die Finger verbrannt. Dazu muss man auch stehen, dass die letzten zwei Trades absolut in die Hose gegangen sind. Aber gut, wir warten uns erst einmal ab. FTX-Crash, alles abgehackt. Auch hier geht es jetzt darum, close über 1.680 US-Dollar auf den Daily. Dann von mir aus gerne Bullenmarkt. Und dann haben wir auf jeden Fall auch Luft. Zumindest mal in dieser Region hier 3.600, wenn nicht sogar 3.000 US-Dollar. Das sind so die Zonen, die ich jetzt mal im Blick behalten würde. Ansonsten hat sich nichts geändert. Wir sind im Downtrend. Wir haben noch kein Höheres hochgebildet. Somit gilt auch noch nicht, dass wir in einem Bullenmarkt sind, beziehungsweise hier wirklich schon von einer Rally reden können. Rücksetzer-Level. Auch hier ganz kurz das FIP-Level dazu mal ziehen. Von unserem kompletten Low, würde ich jetzt mal sagen, bis zu unserem High. Würde sehr, sehr gut passen. Das 0,5er liegt hier bei 1.350. Das würde hier diese Range bedeuten. Das Golden Pocket. Hier, wo wir auch massiv Probleme hatten bei 1.289 US-Dollar. Das sind jetzt die Level, die ich vielleicht für Leute, die vielleicht nochmal nachkaufen würden oder wollen, nochmal im Blick behalten würde. Ansonsten haben wir keine Light Divergenzen. Das heißt, es bringt auch hier nichts, irgendwie nach Divergenzen Ausschau zu halten. Auf dem 4-Stunden-Chart zumindest. Auch nicht auf dem Daily. Also Finger weg vom Short-Hebel. Genießt es. Denkt daran, irgendwie mal Profite zu nehmen. Vor allem bei den Altcoins, die vielleicht sogar schon 100% plus gemacht haben. Würde ich auf jeden Fall im Blick behalten. Und gestern habe ich ja das XRP-Video rausgebracht. Und da hat sich jetzt doch einiges getan. Wir sind aus unserem Widerstand bei 40 US-Dollar-Set rausgebrochen. Wir haben es endlich mal geschafft. Wir haben unseren doppelten Boden, sind jetzt ausgebrochen. Und jetzt muss aber XRP auch ziehen. XRP muss jetzt wirklich hier nach oben ballern. Ansonsten war das auch wieder hier noch ein Fake-Out. Und wir gehen deutlich nach unten. Also das ist nur mal ein kurzes Update. Das sieht momentan zumindest ganz gut aus. Volumen passt und sowas. Keine Divergenz. Aber die 40 US-Dollar-Cent müssen halten. Beziehungsweise auch die Widerstände bei 0,42 beziehungsweise 0,44 US-Dollar-Cent müssen brechen. Gut. Damit war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann später noch zum Wochenausblick wieder. Ansonsten kommt natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe gerne rein, wenn ihr Austausch möchtet, wenn ihr keine Signale verpassen würdet. Auch wenn die letzten zwei absolut in die Hose gegangen sind. Sorry dafür. Aber trotzdem würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da zustoßt. Und dann war es das von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen. Und wir hören uns morgen wieder. Oder beziehungsweise später zum Wochenausblick. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.